Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Reaktionsvideo. Chat, beglückwünscht bitte den YouTube-Zuschauer, dass er es geschafft hat, dieses Video hier anzuklicken. Denn, meine Damen, meine Herren, guckt mir die auch, wenn ich mit euch rede. Ich habe Gold im Internet gefunden. Es ist Gold, darauf gebe ich meinen Stempel und meinen Namen. Wir gehen in ein unübliches Video rein, Chat. Es ist auch ein bisschen älter schon, ich kannte es aber nicht. Video heißt, sie sieht sich nicht als Mensch. Alice ist Teil der Otterkin-Community. Hört sich im ersten Moment nicht vielversprechend an. Vertraut mir. Das wird aber Gold des Internets, okay? Bitte was? Leht ihr einfach zurück, Chat, vertraut mir. Wir gehen rein ins Video. Video geht auch schon los. Alice sagt, sie sei ein Wolf. Ich habe mich, glaube ich, schon seit ich denken kann, einfach nicht wie ein Mensch gefühlt, sondern wie ein Tier. So. Und jetzt sagt mir doch mal, dass ich kein Gold im Internet so raussuchen kann, Chat. Verdammt nochmal. Das ist der Content, den wir brauchen. Let's go, baby. Let's go, baby. Ich habe auch mal gehört, die Reflexe, meinen Geruch an Beugen zu streichen. Sie ist Teil einer Community. Ich sage es euch, Chat. Ich will jetzt, dass ihr euch einfach zurücklehnt und enjoyt. Okay. Ihr könnt ihr mir den Gefallen tun. Schreibt auch gar nichts mehr in Chat. Ich will auch gar nichts mehr lesen. Ich will einfach nur noch Genuss. Ich will genießen. Genuss. Ein fieberhafter Genusstraum. Unity, die sich Otherkin nennt. Otherkins fühlen sich gar nicht oder nur zum Teil als Menschen. Ich fühle mich total überfordert. Ich möchte am liebsten einfach nur in den Wald rennen und das alles hinter mir lassen. Stattdessen definieren sie sich zum Beispiel als mythische Wesen oder Tiere. Vor diesem Treffen hier sind viele Wochen vergangen, in denen ich versucht habe, Kontakt mit Otherkins aufzunehmen. Die Szene ist sehr vorsichtig, was Öffentlichkeit angeht. Dann habe ich Alice gefunden, die eigentlich anders heißt. Weil sie Angst hat, dass zukünftige Arbeitsstellen sie nicht akzeptieren, will sie anonym mit uns drehen. Also damit ich mir das besser vorstellen kann, was für ein Wolf bist du und wie siehst du dann aus? Ich denke am besten, ich zeige euch einfach mal ein bisschen... Hä? Sieht doch, wie sie aussieht, Chat. Wie ein gefährlicher Wolf. ...bild, wenn das okay ist. Ich zeichne auch selber sehr gern. Also ich bin kein normaler Erdenwolf. True Face. Ah, also das ist sie jetzt als Wolf? Okay. Ich würde mich als... Hübscher Wolf aber, Chat, oder? Wie würdet ihr den Wolf raten? Von 1 bis 10 von der Optik? Ich finde es ein schöner, majestätischer Wolf. Grüne Augen, wow. Küss mich. Den Alien-Hybrid bezeichnen. Ich bin in meiner wahren Form ziemlich groß, um die 2 Meter und habe 4 Ohren. Und mein Körperbau ist ein bisschen anders als der von normalen Tieren hier auf der Erde. Aber ich weiß durch Meditation und Astralreisen einfach, was ich bin und habe mich selbst da so gesehen von meinem eigenen inneren Auge. Was? Was? Hybrid-Alien? Astralauge? Vier Ohren? Okay. 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 Astralreisen. Es geht also auch um Spiritualität. Alter, die hat sogar einen Schwanz da hinten raushängt, Chat. Jetzt sehe ich den erst. Ich will mich darauf einlassen. Und ich merke schnell, dass das Otherkin-Sein bei Alice mehr ist als ein spiritueller Glaube. Ihr fester Freund Zero... Alter, guck mal, wie da wackelt da hinten, der Schwanz, Chat. Das ist aber cool, oder? Findet ihr das gut oder nicht gut? Also, ich finde, das sieht locker lässig aus. Ist heute auch mit dabei. Wann hast du gemerkt, dass du da anders bist als andere Menschen? Ich habe mich, glaube ich, schon seit ich denken kann. Einfach nicht wie ein Mensch gefühlt, sondern wie ein Tier. Nur als Kind wusste ich nicht genau, was für ein Tier ich bin. Aber ich habe schon immer Tiere geliebt. Mehr mit Tieren Zeit verbracht als mit Menschen. Chat, hatten wir nicht alle mal die Phase, wo wir ein Tier sein wollten? Eins, wer die Phase mal hatte? Wir hatten alle die Phase, wo wir auch ein Super Saiyajin sein wollten. Uns wirklich auch probiert haben, Chat. Wir hatten alle diese Nacht. Mit 12. Mit 10. Man liegt nachts im Bett. Und dein Gedanke geschießt durch deinen Kopf. Und du sagst dir auf einmal selbst, ich bin der Auserwählte. Ich bin Spider-Man. Und dann stehst du auf, stellst dich nachts in dein Zimmer rein und machst dann den hier. Und du versuchst es so, du versuchst es so, du strengst dich so sehr an, dass du dir fast in die Hose scheißt. Weil du so konzentriert bist und so. Und es klappt einfach nicht. Es hat einfach nicht geklappt. Ich habe auch eher unseren eigenen Hunden das Verhalten abgeguckt als sie meinen Eltern. Ich weiß nicht warum. Vielleicht habe ich einfach so viele schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht. Aber irgendwie habe ich mich nie als einer von denen gesehen. Und stattdessen habe ich mir dann irgendwie Tiere als, ich weiß nicht, Vorbild genommen. Ich musste mich dann halt natürlich anpassen. Also ich konnte ja nicht in der Realschule oder in der Fachhochschulreife dann auf allen Vieren rumlaufen und bellen oder so. Alice versteckt ihr Otherkin-Sein meistens. Bei der Arbeit wäre es zum Beispiel undenkbar, so eine Maske oder ihre Wolfsschwänze zu tragen. Ihr Verhalten kann sie aber nicht immer komplett steuern. Manchmal rutscht ihr zum Beispiel auch vor Fremden ein Knurren raus, erzählt sie mir. Wie äußert sich das, dass du kein Mensch sein willst? Ja, es ist schwierig. Es geht halt eher so um das ganze Leben, was nicht passt. Manchmal bin ich irgendwie in der Bahn oder auf der Arbeit und fühle mich total übervoll und möchte am liebsten einfach nur in den Wald rennen und das alles hinter mir lassen. Das geht mir aber auch so, Chat. Also da gab es schon den ein oder anderen Stream in der Vergangenheit, wo ich mir auch einfach denke, scheiß drauf, jetzt in den Wald rennen und alles hinter mir lassen, ehrlich. Da fühle ich sie, da kann ich sie verstehen. Den Moment habe ich auch ein paar Mal schon gehabt in meinem Leben tatsächlich, ja. Weil ich mich hier einfach nicht wohlfühle. Manchmal habe ich auch das Bedürfnis, euch anzuknurren, Chat, bin ich auch ehrlich. Würdet ihr mich trotzdem noch akzeptieren, wie ich bin, wenn ich euch anknurre, wenn ihr gemein seid zu mir? Gefällt mir ganz gut, ehrlich zu sein. Egal, was ich mache. Wie ist das für dich dann in der Beziehung? Das ist ja dann eine besondere Beziehung. Ja, das ist es definitiv. Für mich ist das halt auch schön, dass ich ihr die Sicherheit gebe, dass sie halt auch so im Alltag funktioniert. Also ich finde das schön. Ja, ich sage immer, er ist mein Beschützer. Und die Rolle nehme ich halt auch gerne ein und ich mache das auch gerne. Ah, du wirst so wüs. Was würde ich nur ohne dich machen? So, und jetzt, ich möchte mal eine Ansage machen, Chat. Wir beherrschen uns hier im Stream, ja, im Chat. Hier wird niemand beleidigt. Alles wird hier respektiert, Chat, okay? Es ist ein sehr, es ist ein sehr suspektes Thema. Wir versuchen uns aber so ein bisschen in ihre Lage reinzuversetzen, okay? Vielleicht überzeugt sie uns noch ein bisschen mehr in dem Video. Wir gehen dorthin, wo sich Alice am ehesten wie ein Wolf fühlen kann. In die Natur. Voll schön hier. Wie fühlt sich das jetzt für dich an, im Wald zu sein? Unervoll. Ich fühle mich wie zu Hause irgendwie. Ich fühle mich wie angekommen. Was jetzt passiert, wird in der Otherkin-Community Shiften genannt. Alice vergleicht das mit Reflexen, die plötzlich passieren. Ich habe auch manchmal die Reflexe, meinen Geruch an Bäumen zu streichen. Sie sagt, ihr Unterbewusstsein übernimmt beim Shiften die Kontrolle darüber, was sie denkt und wie... Stell dir mal vor, du gehst mit deiner Freundin in den Park. Valentinstag, Schatzi, lass uns was Schönes machen. Ja komm, wir gehen ein bisschen spazieren, lass den Wald gehen. Und dann gehst du da rein, Digger, drehst dich um und siehst das. Das ist so gut. Also, ich möchte mich jetzt nicht über sie lustig machen oder so. Es ist ihr Leben, sie kann entscheiden, wie und wo, was sie machen will. Und, Chat, wir sind uns da alle einig. Wenn sie in den Wald läuft und sich an einem Baum reibt, weil sie sagt, sie ist ein Wolf, dann respektieren wir das. Eins, wenn wir das respektieren, Chat. Wir haben da Respekt dafür. Also, es ist... Soll die machen. Gut, manche haben sich vertippt auf der Tastatur, aber wir respektieren das. Wie sie sich verhält, das ist kein Schauspiel für sie oder sowas. Hat sie jetzt ihren Freund angegriffen? Wie sie sich verhält, das ist kein Schauspiel für sie oder sowas. Die ist ganz schön flink. Kommt? Ja. 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 Ich brauche eine Flasche Wein jetzt. Rotwein. Den starken. Selbstgebrannten. Wehe. Oh Gott. Jetzt habe ich das. Oh Gott. Oh nein. Jetzt musst du nicht. Jetzt musst du... Nee. Also, ich ähm... Ich brauche harte Drogen. Christelbett. Ist jetzt ein bisschen... Natürlich ein bisschen komisch hier zuzugucken, aber irgendwie finde ich es auch... Süß. Bisschen cute. Ja. Ja. Ich auch. Als sie... Als sie grad so auf ihn drauf gesprungen ist und so... Das war echt ein süßer Moment. Das war wirklich cute, Digga. Es war... Romantisch auch. Wirklich. Ich fand das auch süß. Zuhause spielen wir halt die ganze Zeit lang so. Grad, wenn ich überschüssige Energie habe, dann... Wirst du auch mal angegriffen. Ja, richtig. Aber natürlich nie fest. Also... Manchmal ein bisschen fest, aber... Ich würde dich jetzt niemals irgendwie blutig beißen. Nee, zum Glück nicht. Aber du beißt ihn dann auch manchmal? Ja. Ich habe mir auch extra im Laden so einen Hundekauknochen besorgt. So einen aus Hartgummi, damit ich da immer reinbeißen kann. Ja, warum denn auch nicht? Durch die Beziehung mit Alice hat Zero das Otherkin-Sein auch für sich entdeckt. Wenn auch nicht so stark ausgeprägt. Manchmal fühlt er sich wie eine Katze. Hilft... Er fühlt sich wie eine Katze jetzt? Das bei euch dann in der Beziehung auch? Dass ihr beide... Also, dass du auch quasi das bei dir so ein bisschen siehst? Ja, also es hilft definitiv. Weil ich kann halt auch ihre Seite dadurch wesentlich besser verstehen. Also, es ist ja schon auch besonders... Also, er ist jetzt eine... Er wird... Er wird zu einer Katze jetzt, weil sie ein Wolf ist? Dass ihr beide euch dann getroffen habt. Ja, auf jeden Fall. Da hat... Da können wir uns halt wirklich nur beim Tinder-Gott bedanken, dass wir uns da doch so schnell gefunden haben. Ich merke schon, wie viel wohler sich Alice in der Natur fühlt. Umso gespannter bin ich auf morgen. Da sehen wir zusammen die Wesen, mit denen Alice am liebsten leben würde. Wölfe. In unserem Fall Wolfshunde. Ich hoffe, die geht jetzt nicht in... Ich hoffe, die geht jetzt nicht in irgendein Wolfsgehege rein, Chat. Bitte mach das nicht, Alice. Na, hier ist das voll schön. Hier könnten wir wohnen, oder? Ja, oder? Weil ich weiß jetzt nicht, wie gut das die anderen Wölfe finden, dass du Wolf... Also, auch ein Wolf bist. Ich hatte von Otherkin vor der Arbeit an diesem Film noch nie was gehört und finde diese Recherche total spannend. Und genau sowas wollen wir euch bei Reporter bieten. Also, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert doch gern unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Es ist ja nicht so, dass du allein bist. Also, es gibt ja eine ganze Community an Otherkins, auch hier in Deutschland. Mhm. Und wir treffen jetzt wen, der eben auch Teil der Community ist und den du auch kennst. Kiro, er fühlt sich in Teilen als Drache. Drache? Wann hast du das für dich entdeckt, dass du Otherkin bist? So mit 12 oder 13 war das, wo ich mich halt auch mit Freunden darüber unterhalten kann. Zum Beispiel so Tatsachen wie, dass ich eine Verlängerung meines Steißbeins spüre. Äh, okay. Gut. Ja, 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 ja. Und ein Freund mich halt darauf aufmerksam gemacht hat, dass es gar nicht so normal ist. Von die... Ja, aber, also, meinte jetzt, ist es nicht so normal, eine Verlängerung von einem Steißbein zu haben oder das Gefühl zu haben, dass... Also, weiß ich jetzt nicht, ob er den vielleicht auch nicht missverstanden hat. Diesem Gefühl haben mir viele Otherkins erzählt, auch Alice. Sie spüren Körperteile, die eigentlich nicht da sind. Sie vergleichen das mit Phantomgliedern, also dem Phänomen, dass Menschen den Gliedmaßen apportiert wurden, diese noch weiterhin fühlen können. Den Astralkörper, den ich spüre, was ich auch erst vor einer Weile gemerkt habe, passt am besten zu einem Drachen. Das heißt, ich spüre Hörner, die Ohren und vor allem den Schweif eines Drachen. Wie erklärt ihr euch das, dass jetzt gerade ihr Otherkins seid? Ich denke halt, dass es da vereinzelt recht viele Leute gibt, die, sag ich mal, vielleicht ihren Ursprung aus einer anderen Welt oder Dimension haben. Ja, gibt es hier im Chat jemanden, der auch einen Ursprung aus einer anderen Welt hat? Wenn ja, was seid ihr? Was seid ihr, Chat? Viele, viele. Ein Delfin. Ein Pokéball. Ein GT3S. Hm? Okay, gut, ja, schön. Manche denken halt auch, dass das so eine Art Prüfung ist, jetzt so eine Art Menschenleben zu bestehen. Und ich denke mal, da könnte ich mich auch anschließen. Meint ihr, das ist auch psychologisch zu erklären bei euch? Also ich für meinen Teil war halt auch schon in Therapie oder bin halt immer noch in Therapie. Aber ich habe das Thema Asakin jetzt auch schon mehrmals angesprochen mit meiner Psychologin. Und sie meint, dass da nichts Schlechtes ist, dass es keine Krankheit ist. Also in ihren Augen, sie sieht das so, als ob das ein Schutzmechanismus für mich ist, um besser mit dem Leben hier klar zu kommen. Und ich respektiere ihre Meinung auch. Aber sie weiß auch, dass das für mich mehr ist, als nur ein Schutzmechanismus. Und dass ich da auch wirklich dran glaube, mit allem, was ich habe. Krass, also krass, dass sie da mit der Psychologin drüber geht, Chat. Das hört sich aber auch für mich logisch an. Ich bin jetzt kein Psychologe, aber wenn die Psychologin sagt, das ist ein Schutzmechanismus, hört sich logisch an. Also man flüchtet in eine Parallelwelt, in eine nicht reale Welt und redet sich dann selber halt ein, ey, ich bin jetzt ein Wolf oder ich bin jetzt ein Drache und mein Steißbein wächst weiter oder so. Macht Sinn, ja, macht Sinn. Ich weiß noch nicht so viel in Therapie, aber solange es niemanden stört, ist es eigentlich auch nichts, was man irgendwie ankreiden sollte. Und da muss ich noch was sagen, Chat. Auch wenn wir hier Spaß machen, auch wenn ein bisschen gelacht wird. Das ist ein lustiges Video, ein lustiges Thema. Eins, wenn er da recht hat. Solange der Chat, solange die keinen damit wehtun, solange die keine Gesetze brechen, was auch immer, sollen die doch machen. Sollen sie doch in den Wald gehen und an Bäume pinkeln und dann an der Pipi riechen. Und ja, ist doch okay, mach doch, es stört doch keinen Chat. Es ist doch, klar, es ist weird as fuck. Aber solange die da keinem wehtun, ist es doch okay. Sollen sie doch machen. Warum ist man Otherkin? Das psychologisch zu erklären, hat sich als schwierig herausgestellt. Der Forschungsstand ist dünn. Deshalb war es für die PsychologInnen, die ich kontaktiert habe, auch nicht möglich, eine fundierte Experteneinschätzung zu geben. Was aber auffällig war in meiner eigenen Recherche. Viele erzählten mir davon, dass sie es schwerer gehabt hätten in der Schule oder auch schon im Kindergarten wegen ihrer Andersartigkeit. Und auch von Mobbing-Erfahrungen war die Rede, wegen bestimmter Verhaltensweisen. Und von Depressionen wurde viel gesprochen. Wichtig ist aber auch zu sagen, nicht bei allen ist das so. Ich bin fasziniert von dem Thema und beschäftige mich über Wochen mit der Community. Die tauscht sich viel in Foren aus. Otherkins suchen hier nach den wenigen Gleichgesinnten, die es gibt. Die Jüngeren sind vor allem auf Instagram und TikTok. Was ich da halt herausgefunden habe ... Alter, was ... ... und TikTok. Was ich da halt herausgefunden habe, ist, es gibt nicht ... Das sah aber eigentlich cool aus. Oder nicht? Und eigentlich auch ein klassischer TikTok. Also da sehe ich jetzt eigentlich nichts komisches. Für mich ein ganz normaler TikTok gerade gewesen. Die eine Otherkin-Community. Es gibt zum Beispiel Abspaltungen wie die Therians, auf Deutsch Therianthropen ... Okay, das ist jetzt irgendwie ein bisschen gruselig. ... identifizieren sich als wirklich existierende Tiere. Nee, da bin ich dann aber auch wieder raus, Digga. Also sei ehrlich, äh ... Nee, 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 nee. Muss nicht sein. Zum Beispiel als Echsen, Wölfe oder Katzen. Eine Therian-Gruppe schickt mir diese Fotos von ihren Treffen. Also das finde ich creepy, Chad. ... oder Katzen. Eine Therian-Gruppe schickt mir diese ... Also das finde ich creepy, Chad. Ehrlich. Das finde ich super creepy. Das ist, das ist für mich ein bisschen ... bisschen Horror-Horrorfilm. Stell dir vor, du gehst nachts ein bisschen spazieren im Wald und siehst das. Ja, mit die Schroffle ... äh ... äh ... Ingame? Nee, 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 das finde ich gruselig. ... diese Fotos von ihren Treffen. Wie viele Otherkins und Theorians es jetzt in Deutschland gibt, das ist ganz schwer zu sagen. Ich selbst schätze nach diesen Gesprächen mit den Leuten aus der Community und der Plattform-Recherche, dass es halt maximal ein paar Hundert sind. Gestern habe ich schon gemerkt, dass Alice in einer Welt lebt, in der sie eigentlich nicht leben möchte. Und heute lernen wir einen Ausschnitt kennen aus der Welt, in der sie eigentlich leben will. Bitte nicht ins Wolfsgehege rein. Wir treffen auf echte Wolfshunde. Bitte nicht, bitte nicht Alice. Wir können erleben, was das mit Alice jetzt macht. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, was passiert, wenn sie mich sehen. Ich kann dir sagen, was passiert, wenn sie dich sehen, Alice. Wenn ich sie sehe, größte Angst ist natürlich, dass sie mich einfach überhaupt nicht wahrnehmen. Ich sehe einen schon, guck mal da. Also das Gehege ist halt super groß. Deswegen ist es gerade echt besonders, dass er jetzt auch schon so nah ist. Er ist halt so wunderschön. Sie sind so nah. Bist du jetzt hier gerade näher bei dir als in menschlichen Situationen? Ja, würde ich schon so sagen. Bist du jetzt gerne hier oder würdest du am liebsten ins Gehege? Also ein Teil von mir möchte sehr gerne ins Gehege, aber auf der anderen Seite möchte ich die ja auch nicht überfordern. Die kennen mich ja nicht als Person. Die kennen auch noch nicht so meinen Geruch und alles. Ich glaube nicht, dass du die Wölfe da drinnen mal fordern würdest. Ich glaube auch, dass die Wölfe tatsächlich auch echt Bock hätten, dass du da ins Gehege reingehst. Ja, ja. Selbst wenn sie jetzt spüren würden, dass ich ein Wolf bin, heißt das ja nicht, dass sie mich direkt akzeptieren. Die beiden Wolfshunde hier wurden mal illegal gehalten und auch gekreuzt. Sie haben jetzt hier in dieser Anlage einen verhaltensgerechteren Raum für sich bekommen. Ja, guck, das juckt den jetzt. Juckt den jetzt nicht ganz so. Was denkt sich dieser Wolf gerade, Chad? Was, 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 was geht in seinem Kopf vor gerade? Hey, ich versuche mit dir zu reden. Nein. Oh, was geht da? Oh, oh. Nein. Er sieht eher genervt aus. Oh, okay. Nein. Also, es ist mir, glaube ich, selten so schwer gefallen, mich in eine Gedankenwelt von einer Person rein zu versetzen, wie jetzt gerade. Aber ich sehe halt gerade auch eine Person, die total glücklich ist. Das ist echt schwer zu beschreiben gerade. Geh da weg vom Zaun, Alice. Alter, das ist romantisch gerade, die Szene, Shit. Ja, das sehe ich genauso. Ach, hat er gerade mit dir geredet? Versteht sie ihn? Ja, ist okay, ist dein Revier. Wow, das war gerade voll magisch. Das war, äh, eins, wenn das magisch war, das war wirklich magisch gerade. Ich habe es selbst gespürt gerade. Ich habe mich so angeguckt. Das war magic, iconic. Ihr habt euch ja gerade so eine ganze Minute lang einfach angesehen, so zwei Meter entfernt voneinander. Das war unglaublich, seine Augen. Das war, als ob er mir wirklich direkt in die Seele geschaut hätte und sich so ein bisschen gefragt hatte, so wer ist denn das jetzt? Aber er war ja anscheinend auch nicht abgeneigt, hat mich nicht angeknurrt, obwohl ich ihm so dichtgekommen bin. Das ist schon ein großes... Das war ein Beweis auch ein bisschen, dass sie ihn angenommen hat. Also, das war schon ein Geschenk für mich. Sie ist jetzt ein Teil vom Rudel. Könnte, würde ich mich jetzt einfach in den Wolf verwandeln und, keine Ahnung, mich da so ein bisschen unterwerfen und sagen, hey, ich möchte auch in eurem Rudel sein. Aber, ähm, das geht ja nicht. Das ist mir auch bewusst. Ich finde es einfach wahnsinnig mutig, wie offen Alice mit mir spricht. Sich selbst nicht als Mensch sehen. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, krass, dass es das überhaupt gibt. Und jetzt, wo ich die Community halt besser kennengelernt habe, habe ich gemerkt, Otherkins sind halt meistens schon echt reflektiert und haben einen Weg gefunden, in der menschlichen Gesellschaft zurecht zu kommen. Was sagt ihr zu dieser Reportage? Schreibt mir das doch gern unten in die Kommentare. Wir bei Reporter wollen euch mit unseren Themen überraschen und über Sachen berichten, von denen ihr noch nie was gehört habt. Also, wenn ihr weiter überrascht werden wollt, dann abonniert doch gerne diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Und ich habe noch einen Tipp für euch. Philipp hat eine sehr berührende Reportage gemacht über Kinder. Okay, Video ist zu Ende. Das war ein sehr spezielles Video. Sagen wir es mal einfach so, Chats. Das war anders. Das war ein anderes Video. Ähm, um jetzt nochmal ein bisschen ganz kurz Real Talk zu machen, Chats. Eigentlich finde ich, dass es auch ein bisschen traurig ist, weil es ist ja schon beschissen, wenn du dein eigenes Leben so scheiße findest, dass du komplett so in einer Parallelwelt leben möchtest. Wisst ihr, wie ich meine? Also, das ist schon irgendwie traurig. Nochmal, was ich vorhin auch schon gesagt habe, Chats, ich weiß, es ist ein komisches Thema. Ich weiß, dass es sehr, sehr weird alles gerade war. Man kann da auch lachen, finde ich. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber wir sollten es trotzdem, wir müssen es nicht akzeptieren. Wir müssen es jetzt nicht selbst machen. Wir müssen jetzt nicht selbst ein Wolf werden. Aber man sollte die machen lassen, meiner Meinung nach, solange sie keinem wehtun. Solange sie keinem wehtun, ist es legitim, finde ich. Und die können da ja machen, worauf die Bock haben. Und, ähm, ja. Ich verspüre gerade wieder das Bedürfnis, in den Wald zu rennen. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Reaktion wieder. Mein Name ist Mochi. Bis zum nächsten Video.